Das Beamforming Evaluierungskit WIC-DIVA besteht aus dem WIC-SBM-Hardware-Modul, das für die Signalverarbeitung und die Steuerung der Mikrofonrichtwirkung zuständig ist, einem Mikrofon-Array und einem Raspberry Pi als Host-Plattform. Dieser dient gleichzeitig für das gesamte System als Stromversorgung. Durch die Konzeption des WIC-SBM-Moduls als Raspberry Pi-Aufsteckbord werden platzeffiziente Formfaktoren möglich. WIC-SBM beherbergt einen eigenen, optimierten Lautsprecherverstärker und eine 3,5 mm Line-Out-Klinkenbuchse. Das separat ausgeführte und mitgelieferte Mikrofon-Array wird via Flachbandkabel mit dem WIC-SBM-Modul verbunden und kann somit beliebig platziert werden. Zur optischen Orientierung stellen LEDs jederzeit die aktuelle Richtcharakteristik des Mikrofon-Arrays dar. Mithilfe des integrierten ALSA-Treibers für die Raspberry Pi-Plattform können auf dem WIC-SBM verschiedene Parameter wie zum Beispiel die verwendeten Beamforming-Verfahren, die Störgeräuschunterdrückungsleistung, die Ausgangslautstärke und der Ausstellort im Raum konfiguriert werden. Zur eigenen Applikationsentwicklung und Weiterverarbeitung des bereinigten Audiosignales können die vorhandenen Schnittstellen des Raspberry Pi verwendet werden. Hierfür stehen unter anderem USB 2.0, HDMI, Gigabit LAN oder Wireless LAN zur Verfügung. Nähere Informationen zu WIC-Diwa und unseren weiteren Produkten und Dienstleistungen erhalten Sie auf unserer Website www.voiceinterconnect.de OP-MIT 2.0, 3.0, 5.0, 5.0, 6.0, 6.0, 7.0, 7.0,